So, willkommen bei meinem neuen Part Pokemon Pearl und ihr seht, ihr seht mich jetzt im Webcam. Guten Tag euch allen! Ja, es kann sein, dass die Webcam im Laufe des Parts asynchron laufen könnte, also ich sag euch schon mal, das sei schon mal im Voraus. Nicht, dass ihr euch dann wundert, wenn ich auf einmal asynchron laufen sollte. So, wir sind hier bei den Endhorns. Wir haben ja jetzt diesen Getrank. Die Endhorns stehen im Weg, sie machen keine Anstalten, sich zu bewegen. Möchtest du den Geheimgetrank verwenden? Ja. Kevin verwendet den Geheimgetrank. Die Endhorns sind von ihren chronischen Kopfschmerzen geheilt. Oh Gott, sag bloß, ihr wollt jetzt alle gegen mich kämpfen. Lustig wär's. Nein, sie gehen einfach weg, okay. Okay. Hä, was machst du denn? Okay. Ach ja, so schnell beseitigt man Endhorns. Und hier ist Cynthia. Oh gut, du hast den Geheimgetrank verwendet. Verdammt, ich muss gerade Schluss machen, bis gleich. So, entschuldige die kurze Unterbrechung. Die Endhorns leiden an chronischen Kopfschmerzen. Nein, verdammt. Niemand weiß, woher diese Kopfschmerzen kommen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Bring bitte in meine Großmutter, in Elysis, diesen Talisman. Es soll seltene Pokémon zwischen hier und Elysis geben. Also wird es die Reise wohl wert sein. Da habe ich wohl keine andere Wahl. Kevin L. Talisman. Okay. Ach ja, tut mir leid, falls da draußen Gespräche zu hören sind. Ähm, da draußen sind da ein paar Leute, die unterhalten sich. Ähm, meine Großmutter ist manchmal etwas autoritär. Ich denke, du wirst sie sofort erkennen. Ja, sie ist nämlich die älteste von Elysis. Die älteste von Elysis. Äh, und die Kraft selbst. Nein, und die Stadt selbst. Schau auf deine Karte. Gar nicht zu verfehlen. Ich zähle auf dich. Bis später dann. Ja, man sieht sich. Oder vielleicht auch nicht. So, hier ist die Route endlich mal wieder was zu tun. Nachdem wir im letzten Part so dermaßen verpeilt waren. Oder ihr eigentlich nicht, sondern eher ich. Ähm, diese Route ist ein bisschen vergleichbar mit der Route auf dem Weg von Baumhausen City nach Malfenfroh City. Denn in dieser Route ist sehr viel hohes Gras zu sehen. Und es gibt hier auch versteckte Trainer in diesem Mondars. Und ein MOBA, ein wildes. Interessant. Gut, ich... Soll ich gegen das kämpfen? Ich weiß nicht. Wir haben 10 Level Unterschieds. Na, meinetwegen, komm. Um in den Parts reinzukommen, greife ich jetzt einfach mal an mit Sommersensor. Steigenwurf. Okay. Er beschmeißt meinen Stahl-Pokémon mit einem Stein. Sondersensor. Okay. Das war's. MOBA ist down. War ja auch kein starker Gegner. Gut, ich hoffe, mein Peter-Storm entwickelt sich bereits zu... 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 Bronz... Bronzong. Welches Level ist es, das weiß ich nicht. Ich schätze so mit Level 30 circa. Also mit Level 30 ungefähr würde es sich ungefähr entwickeln. So, Level 30 mit 35 so in dem... In dem Rahmen. Aber ich kann nur vermuten. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann es sich entwickelt. Kleinstein. Nicht der Rede wert, ich hau ab. Nicht, dass es noch final oder so einsetzt, überraschenderweise. So, die Trainer, die kann man erkennen und zwar... An... Ja, genau. Wenn man so genau ins Gras hinschaut, da sieht man ein paar kleine Erhebungen. Und dort befinden sich Trainer. Ich gehöre zum Ninja-Trio. Entdeckt zu werden zwingt mich zum Kampf. Gut, die kennt man ja auch aus der dritten Generation. Ein Kleinstein. Bitte nicht, ich habe gerade eben schon gegen einen Kleinstein gekämpft. Oder... Beziehungsweise nicht gekämpft. Ich bin ja geflohen. So, äh, Sondersensor. So ein schwacher Gegner in Levels. 23. Nicht der Rede wert. Vielleicht verdiente das Geld. Warum hat es meine Attacke überlebt? Bitte kein Fin... Danke. Ich habe gesagt, bitte kein Finale. Was kommt richtig? Finale. Dankeschön. Ein weiteres Kleinstein. Ich werde wechseln. Zu... Rotolunig, da es noch ein Finale kommt. Wir bauen nämlich einen One-Hit-Kill, um der Finale-Attacke zu entgeben. Gut, Blockstrahl und die Sache müsste gegessen sein. Keine besonders große Herausforderung. Georocks wären interessant gewesen. Und da ist letztes Pokémon Geobats. Aber Kleinstein... Ne. Viel zu schwach und viel zu langweilig. Immer dieselben Pokémon. Immer dieselben Pokémon. Nein, ich fange jetzt nicht zum Singen an. Ich gestehe dir die Lage ein. Das solltest du... Ach, komm. Scheiße, wie eine Pokémon. Oh, Ponita. Oh, ich will nicht gegen dich kämpfen. Mach's gut. Warum lässt du mich nicht fliegen? Das hatten wir doch schon mal. Bitte nicht. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Komm, verzieh dich. So. Gut, hier ist... Ah, da ist noch ein Trainer. Mann, ich hab' ein gutes Auge. Ich gehöre zum Ninja-Trio. Entdeckt zu werden zwingt mich zum Kampf. Aber wie hast du mich entdeckt? Bist du etwa auch ein Ninja? Und ob ich das bin? Ich spiele als Hattori im Shogun 2 Let's Play. Und ich werde damit ganz Japan unterwerfen. Gut, wie viel meintest du hier? Weiter hier hin, damit ich mir in die Webcam schaue. Dann kommt es, glaube ich, ein bisschen besser an. Skankaboo. Kein guter Gegner gegen uns. Ich werde wechseln, weil ich kein Unrecht-Pokémon mit einer Psycho-Attacke angreifen kann. Frau Löwe. Kratz-Furie. Eine der nervigsten Attacken, die es gibt, weil die voll wenig abzieht und voll lange dauert, bis die Animation beendet ist. Eine Ehre, von dir besiegt zu werden. Ich wollte gerade einen Schutz benutzen und dann taucht ein Pokémon auf. Was ist das für eine Ironie? Entschuldigt mich, falls ich öfters mal woanders hinstarren muss, denn ich muss auf die Uhrzeit schauen, denn ich muss später irgendwo noch weg und deswegen muss ich auf die Uhr öfters schauen. Ich hoffe, das sind schwache Pokémon. Wir werden es gleich erfahren. So, ein Hyper-Trank. Sehr gut. Und da ist ein weiterer Trainer. Genau. Oh, das sind zwei Trainer, glaube ich. Also hier ist auf jeden Fall einer. Okay, hier ist auf jeden Fall keiner. Fail. Ah, da unten ist einer. Ich gehöre zum Ninja-Trio. Entdeckt zu werden, zwingt mich zum Kampf. Ich habe so ein leichtes Déjà-vu, aber ich glaube, die zwei Trainer vor mir hatten dasselbe gesagt. Endlich mein Gift-Pokémon. Ein gescheites Gift-Pokémon. Was ein guter Gegner für meinen Peristorm ist. So. Ach, verdammt, diese A-Taste. Ich muss immer fünfmal drücken, damit sie sich aktiviert. Sondersensor. Dankeschön. Ich hasse verwirrte Pokémon. Nicht selbst verletzen. Danke. Mensch, wir haben kein Glück mit dem Gift-Pokémon heute. Wehe, du verletzt dich nochmal selber. Nicht selbst verletzen. Danke. Das nervt. So, ich gebe dir noch eine Chance. Wenn du dich nochmal selbst verletzt, dann haben wir ein ernstes Problemchen. Schreck zurück. Nochmal. So, rechts. Lässt du dich jetzt von deinem Gift-Pokémon töten? Das gibt es doch nicht. Nicht selbst verletzen. Danke. Hättest du dich nochmal selbst verletzt, dann hättest du dir einen Auslaust erlebt. Boah, seht euch das an. Wie viel KP wir jetzt schon verloren haben. Und das waren gerade mal drei Trainer. Mit drei nervigen Pokémon. Mindestens. Pionscora. Ein reines Gift-Pokémon. Die Entwicklung... Pion Draghi ist ein Unisch-Pokémon. Also, wir können dieses Pokémon noch angreifen, solange es sich nicht entwickelt hat. Nicht selbst verletzen. Vier Runden lang Verwirrung. Hat sich, glaube ich, noch nicht so häufig. So, egal was jetzt kommt, im nächsten Zug ist die Verwirrung weg. Erhöhlt seinen Spezialangriff oder einen zufälligen... Ja, Spezialangriff wird dadurch erhöht, genau. So, dass es ein One-Nit-Kill wird. Okay, das wurde kein One-Nit-Kill. Ich war mir ziemlich sicher, dass es ein One-Nit-Kill wird. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass es ein One-Nit-Kill wird. So kommen Sie sich täuschen. Gut, das war's jetzt aber. Gut, Level 31. Entwickelst du dich jetzt? Also, es ist üblich, dass die Pokémon immer mit geraden Leveln entwickeln. Bei ungeraden Leveln ist es etwas seltsam. Aber es könnte ja sein. Nein, leider nicht. Schade. Ich werde mein Pokémon jetzt heilen. Super Trank. Sehr gut. Oder soll ich vielleicht einen Trank benutzen? Wir müssen die auch irgendwie noch mal loswerden. Okay. Den Super Trank nehme ich mir für später auf, falls unser Bronze-Zaun noch ein bisschen Damage bekommen hat. Gibt es die Non-Fa-Trainer? Ist hier einer? Nein. Waren das etwa die einzigen Trainer hier? Die drei Leute da? Scheint's wohl zu sein. Gut, dann war's das für die drei Trainer hier. Unglaublich. Der ganze Giraffe nur für drei Trainer. Gut, wir gehen weiter nach Norden. Schutz wirkt nicht mehr. Perfektes Timing. Oder vielleicht auch nicht, denn jetzt wollte ich sowieso wieder ins Gras gehen. Haben wir denn noch einen? Nein, leider nicht. Ah, verdammt, das war Medizin. Ich bemühe mich hier. So, Superschutz. Okay. Gut, dann schauen wir mal nach, ob es hier ein paar Items gibt. Hier ist eins. Hibt es hier noch ein paar Versteckte? Nein, leider keine Versteckten, aber im Moment ist hier eins zu finden. Ein Hyperball. Alles klar, das soll einen wahrscheinlich zum Fangen verlocken, indem man hier ins Gras läuft und sich dann den Hyperball holt und dann sich ein Pokémon danach fangen möchte. Ach ja, wir haben unser Pokémon noch gar nicht auflockern beigebracht. Jetzt gehen wir mal hier auf Tems. Vm5 ist auflockern, okay. Gut. Ah ja, doch, wir haben unser Pokémon schon auflockern beigebracht, okay. Gut, denn jetzt brauchen wir auflockern, denn ihr seht, es erscheint Nebel. Und der Nebel, der hat folgende Nachteile im Kampf, und zwar reduziert es die Genauigkeit aller Pokémon. Um wie viel kann ich euch nicht sagen. Ich schätze jetzt einfach mal um 30%. Und deshalb sollte man auflockern benutzen, damit man im Kampf keine Nachteile hat. Natürlich könnte man auch Auras benutzen. Oh mei, ich könnte Auras benutzen. Hätte ich einen Vorteil im Kampf. Genau, ich benutze Auras. Scheiß auf Nebel entfernen. So. Würde ich die Vm-Auflockern beherrschen, könnte ich schönes Wetter machen. Wie es funktioniert, ein Vogelpoker schlägt mit seinen Flügeln und lockert damit den Nebel auf. Was du nicht sagst. Was ist hier? Oh Gott. Wieder so ein Ninja. Ich habe dich überrumpelt. Während du dich noch erholst, habe ich den Kampf bereits entschieden. Schön überheblich. Gut, wir haben den Kampfvorteil. Denn unser Pokémon kann Auras, eine Attacke, die immer trifft. Und sein Pokémon hat den Nachteil, dass es jetzt im Nebel kämpfen muss. Gut, ich greife natürlich an mit Auras. Wir verwerben uns im Nebel. Und dadurch töten wir allmählich alle fighting Pokémon. Mit unserem Kampfvorteil. Ein weiteres Zubat. Nerviger Gegner. Warum keine Golbats? Golbats wären cooler. 20% cooler. Wenn jetzt nochmal ein Zubat kommt, dann hat er nur Zubats bestimmt. Oh, ein Golbats. Ich bin begeistert. So, ich glaube nicht, dass es ein One-Nit-Kill wird. Golbats ist ein größerer Gegner als Tuwak. Nein. Danke, Nebel. Wäre der Nebel nicht da, hätten wir jetzt ein verwirrtes Pokémon. Und jetzt haben wir allerdings den Nachteil, dass wir nur unseren Kampfvalken jetzt zählen werden, weil wir nur Kampfvalken in Nebel effektiv benutzen können. Pion Scorer. Oh, jetzt kommt aber Abwechslung hinein. Nach den zwei Zubats hatte ich schon keine Hoffnung mehr, aber jetzt bin ich wieder glücklich. Habe ich erwähnt, dass Pion Scorer auch ein Käfertyp ist? Deswegen war die Attacke auch sehr fiktiv. Was geschieht hier? Du solltest eigentlich viel öfter verfehlen. Tja, nicht wenn man ein Elberhaus benutzt. Gut. Es ist gut, dass ich mein Hausbüro dabei habe, denn hier können wir jetzt den Zerschneiderbusch zerschneiden. Leider haben wir unsere Mahone nicht mehr dabei, das heißt, wir können jetzt keine Zertrümmerfelsen zertrümmern, falls wir einen finden sollten. Verstecktes Eltham! Jede Wette! Okay, Eltham Hasar, was zeigst du an? Kein verstecktes Eltham? Warum dann dieser Zerschneiderbusch? Achso, richtig, damit man hier nicht durchs Gras laufen muss. Verstehe. Wie praktisch. Ich habe ja einen Superschutz aktiv, also wirklich sehr praktisch. Verdammt. So, Trainerin. Als Ersttrainer muss ich Kämpfe gut vorbereiten können. Ich muss cool und genug bleiben. Egal, ob ich gewinne oder fliere. Ich muss cool und ruhig bleiben. Das kann ich nicht mehr cool und ruhig bleiben. Alle setzen sie Pony das ein. Das ist das perfekte Antispiel gegen Brony's. Ich latitude und ruhig bleiben. Ich bin sicher. Ich konnte nicht mehr weg. Ich bin der Weg nicht noch. Ich bin der Weg nicht mehr. Ich bin der Weg nicht mehr. Ich bin der Weg nicht mehr. Level entwickeln würde. Schelcher rein. Entwicklung vom Pflanzenstarter. Hallo Mister Dinosaurier. So, sehr effektiv. Das war auch keine große Gegnerin, auch wenn sie eine Ast-Trainerin war. Ast-Trainerinnen sind ja meistens deutlich stärker als normale Trainer. Oh, Doppelkampf. Sieh nur, Ines, ich werde alles einsetzen, was du mir beigebracht hast. Hier kommt ein Trainer, bist du bereit? Ede, los geht's! Dinosaurier und Raichu. Raichu könnte gefährlich werden, wenn es die Attacke Schockwelle beherrscht. Denn Schockwelle ist auch eine Attacke, die immer trifft. Und unser Kampfweike hat den Typen-Nachteil. Es sollte daher auf Raichu losgehen, auch wenn die Attacke nicht effektiv sein sollte. Weil Flug-Pokémon nicht stark gegen Elektro-Pokémon sind. Gut, ähm... Ehoras auf Raichu und Waterloo Blobstrahl auf Raichu. Oder ne, Blizzard, auf beide. Blizzard ist besser. Die Attacke ist jetzt zwar super ungenau, weil Blizzard eh schon eine nicht so genaue Attacke ist. Und mit dem Nebel wird die Attacke noch ungenauer. Aber egal. Warum trifft der Donnerblitz? Unfair. Es ist Nebel. Boah, die Attacke war heftig. Blizzard trifft! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Trifft ihr auch beide Gegner? Das wäre echt schön. Okay. Ah, haben beide Gegner getroffen. Schöne Sache. Gut. Ehoras auf Raichu. Und... Ich hoffe, Statik aktiviert sich nicht, wenn wir jetzt mal mit Kampffalken das Raichu angreifen. Und Blizzard nochmal. Ich hoffe, Blizzard trifft nochmal. Nicht Statik! Nicht Statik! Bitte keine Statik! Pfff! Pfff! Pff! Statik aktiviert sich! Sehr schön! Am besten, ich glaube es wäre am besten, wenn ich gar nichts mehr sage. Vielleicht beschwöre ich ja immer sowas herauf, wenn ich sage, kein Gestaltung oder bitte mich verwirren. Gut, Karotas müsste kein großer Gegner sein, auch wenn es danach aussieht. Eauras und Metallklaue nicht, sondern nochmal Blizzard. Okay, war zu erwarten, dass Blizzard einmal nicht trifft. Ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich bei einer so geringen Genauigkeit. Reicht leider nicht für einen Kill, schade. Aber dafür mit dem nächsten Angriff. Eauras auf Garados, ich hoffe, die Paralyse aktiviert sich jetzt nicht. Und ich glaube, als Maßnahme dagegen heile ich meinen Pokémon jetzt auch mit einem Paraheiler. Gut, Vaterloos Zug wird jetzt übersprungen. Dass unser Pokémon schnell ist, wusste ich. Das heißt, es kann unseren Mautilu nicht killen. Gut, da bin ich sehr gut taktiert jetzt gerade. Jemand, der noch stärker ist als Ines. Ich wurde gerade von den Augen meines kleinen Freundes beschämt. Nur 6000. Boah. Die waren ja reich. Und der nächste Trainer. Und rechts können wir Kraxer benutzen. Leider haben wir Kraxer auch nicht. Du scheinst sehr viel Selbstvertrauen zu haben. Mal sehen, ob du... Mal sehen, ob zu Recht. Okay. Drei Pokémon. Notable. Die Entwicklung aus Burmy, glaube ich. Oder Burmadame. Ich habe keine Ahnung. Gut, leicht killbar mit Ayoras. Ayoras hat nur noch 5 AP... Äh, 9 AP hat Ayoras nur noch. Wir müssten also langsam mal nachdenken, ob wir vielleicht doch die VM benutzen wollen, um den Nebel aufzudecken. Dann haben wir zwar nicht mehr den Vorteil im Kampf. Aber wir würden dadurch ein paar AP sparen. Und Luxio. Ein Elektro-Pokémon. Gefährlich. Auch wenn Nebel ist, ich greife an mit Nahkampf. Perfekt. So, das müsste auch Level Up für Kampfweiki geben. Dann hat es schon Level 36. Und von den Werten her, Angriff 97. Initiative 84. Ordentlich. Und das letzte, ein Onix. Hier muss ich Nahkampf benutzen. Ayoras wäre nicht effektiv. Perfekt. Ich hätte erwartet, dass der Nebel fast, äh, dass der Nebel wirkt, dass fast jede Attacke daneben geht, aber anscheinend habe ich mich geirrt. Aha, eine tolle Niederlage für mich. Okay, hier könnten wir Katskade benutzen, wenn wir Vm7 hätten. Oh, und hier könnten wir ein Fahrrad benutzen, wenn wir eins hätten, was wir auch haben. Uh. Oh Gott, Ninja, Junge, da, äh, schaue ich erst noch nach, was hier unten ist. Ah ja, okay. Ähm, hier geht es anscheinend weiter, das heißt, ich gehe jetzt dort lang. So, kämpfen wir gegen den Ninja, Junge. Ein Ninja steht jede Menge coole Techniken zur Verfügung. So, anscheinend laufe ich jetzt bestimmt ziemlich asynchron in der Webcam. Ziemlich sicher, da bin ich mir ziemlich sicher, ich muss mal meinen Camtasia aktualisieren zu Version 8. Ich habe immer noch Version 7 von 2011. Und die ist schon ziemlich veraltet. So, hier war's. Gut, sehr gut. Unser Kampfhalk ist jetzt schon ziemlich stark, viel stärker als unser anderen Team-Pokémon. Aber Kampfhalk ist auch ein gutes Pokémon. Schade, dass wir unser Macholing nicht dabei haben, denn hier ist ein Item, an dem wir leider nicht vorbei können, weil wir jetzt halt immer nicht dabei haben. Das heißt, ich muss später nochmal dorthin und das Item abholen. dieser muskulöse Körper, dieser muskulöse Körper, nicht nur der Show. Uh, auch die Einschüchterung. Wie so ein, wie so ein Asslack. Wie so ein Gangmitglied. Wie bei GTA, ne? Dann baut man sich auch Muskeln auf und dann steigert das den Respekt. So was zumindest in GTA San Andreas. Wie es hier ist. Ähm, oder wie es, ähm, in den anderen GTA-Teilen ist, kann ich nicht sagen. GTA 4 habe ich kaum gezockt und GTA 5 gar nicht. Und GTA Vice City und Liberty City habe ich gar nicht gezockt, so richtig. Also ich habe mal bei City ganz kurz ein bisschen gespielt, aber ich hatte gar keine Lust auf das Spiel, weil das bei mir komplett in Englisch war. Und da macht es natürlich weniger Spaß zu zocken. Gut, hier ist ein weiterer Ninja-Junge, der ein Item bewacht. Wir Ninjas tauchen immer da auf, wo du uns am wenigsten erwartest. Leonel Messi. Gliebunkel, Gift und Kampf-Pokemon. Hier ist auch schwach gegen Psycho-Attacken. Gut, wie viel AP haben wir denn noch auf meinen Wecker? Moment. Ertter. Mein Wecker hat sich gerade aktiviert, um 16 Uhr 24, damit ich daran denke. So, ähm, ich muss den Part jetzt auch gleich beenden. Ich hoffe, wir erreichen noch rechtzeitig Elysis. Aber warte, ich wollte noch schauen, wie viel AP Dingens hat. 6 AP, okay, ist noch okay. Damit können wir noch eine Menge Kämpf... eine Menge... ja, eine Zeit lang kämpfen. Unser Kampf-Falke wird so stark werden, bald hat er Level 40. Nur zum Vergleich, die Liga-Pokemon haben Level 54. Unser Kampf-Falke hat schon Level 36. Und wir haben das Spiel erst halb durch. Okay, nochmal Eiros. Ist der Nebel weg? Kann es sein, dass der Nebel weg ist? Tatsächlich, der Nebel ist weg. Oder? Ne, er ist noch da, okay. Gut, die Kämpfe sind es ein bisschen ein. Natürlich gebe ich zu, aber wir haben den Vorteil auf unserer Seite, dass die Feinde uns schwerer treffen können. Und er ist 37 für Kampf-Falke. Ich glaube, ich werde wohl für eine längere Zeit nicht mit den Kampf-Falken kämpfen müssen. damit unsere anderen Pokémon noch erwähnen können. So, das ist hoffentlich die letzte Training auf dieser Route. Ich werde dich über die Vorteile der Vogel-Pokemon belehren. Okay. Ich hoffe, ihre Vogel-Pokemon keine Eiros, denn das wäre taktisch eine gute Variante, so wie wir es gerade machen. Hut, Hut. Hut, Hut kann bestimmt keine Eiros, zumindest kann es Eiros nicht von selber lernen. Eiros von uns hat nur noch 3 AP übrig. Ich glaube, ich werde kein AP-Plus oder sowas benutzen, kein Erter. Denn wir haben die Route sowieso fast erledigt, da benutze ich für den Rest der Route und die vor allem auflockern, sobald wir keine AP mehr übrig haben. Und das wird nach diesem Kampf so sein. So, wir haben noch 2 AP. Ich glaube, damit müssten wir dieses Knock-Two noch killen können. Gut, und jetzt werde ich auflockern benutzen. Alles klar, Pokémon, Starre Lily. Eigentlich hätten wir uns im letzten Part keinen Starre Lily fangen müssen, denn wir haben ja auflockern fast gar nicht benutzt. Außer für jetzt natürlich. Und noch ein Trainer. Ich unterliege gegen einen Jungs bunt wie dich. Ich glaube, das glaube ich hier weniger. So alt sieht er gar nicht aus. Okay, der Nebel ist weg. Jetzt können wir wieder mit all unseren Pokémon sehr gut kämpfen. Leider möchte ich jetzt nicht wechseln, denn dann kriegt das eingewechselte Pokémon Schaden. Ich benutze jetzt die letzte Euras, die wir noch zur Verfügung haben. Und dann werde ich mein Pokémon dann austauschen, sobald der Gegner sein neues Pokémon einsetzen wird. Gira Pharek oder Gira Pharek, was auch immer. Dafür benutze ich im Botul hat fast keine Kapi mehr übrig. Aber ich setze es trotzdem ein. Ich muss es halt dann sofort heilen. Und ich benutze einen Supertrank, um mein Pokémon zu heilen. Jetzt wird die KP um 50. Stampfer, okay, das ist nicht so besonders stark. Da besteht halt eine Zurückschreckquote, aber mehr auch nicht. Lobstrahl. Agilität bringt dir gar nichts. Du bist sowieso schon schneller. Mann, das hat euch fast gar nichts abgezogen. Gerade mal fast die Hälfte. Staffette. Was für ein Weichei. Jetzt haut er ab. Uh, Machschock. Gut, dass unser Pokémon noch kein Stahltyp ist. Ja, ansonsten hätten wir jetzt einen Kampfnachteil. Na los, setz noch eine Staffette ein, wenn du es kannst. Gut, das war's für das Machschock. Machschock schon sagen. Okay, fast level 33 für unser Pokémon. Bald entwickelt es sich zu Impolion. Dann haben wir einen vollentwickelten Wasserstarter. Seit, seit von, seit, 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 45, seit der dritten Generation habe ich. Haben wir keinen Wasserstarter mehr genommen, oder? Kann das sein? In der dritten haben wir Wasser genommen, in der gelben hatten wir Pikachu, in der schwarzen hatten wir Serpifoil, in der Rubin hatten wir Logok und in der Team Rocket Edition hatten wir was anderes und ja, seit der dritten Generation haben wir keinen Wassertyp mehr benutzt als Starter. Fällt mir zu auf. Gut, unser Pokémon lernt Leg. Leg ist eine gute Attacke und ich verlerne stattdessen Geduld. Okay, jetzt haben wir zwei Wege, ich gehe zuerst nach oben, hier finden wir ein paar Pflanzen, sehr schön, meine Zitrobeere, dann das müssten Sinebeeren sein, glaube ich, okay, es sind Maronbeeren, und das sind Vicky-Beeren. Hey, hey, Vicky, hehehe. Und das ist eine Gaukelbeere. Voll geil, dass man nur noch eine Beere von einem Strauch bekommt. Man pflanzt eine Beere und das bekommt man eine Beere. Naja. Gut, wir haben Elysis erreicht, ich werde noch schnell meinen Macholo mitnehmen und das Sitte wollen. Und dann mache ich Schluss für den Part. haben wir ca. 40 Minuten aufgenommen. Dann ist das wieder ein etwas längerer Part. Die Webcam läuft jetzt wahrscheinlich total asynchron, aber egal. Du kommst da rein, halt wartet ein bisschen vor dem Pokémon. Das heißt, du kommst in die vor dem Pokémon Box. Mann, was habe ich hier für eine Übersicht? Box 1 vor dem Pokémon. So. Okay, und zurück zum Item. Genau zu diesem Item da. Ah, nein, das ist es gar nicht, denn das ist ein anderes Item. Halt, falscher Weg. Halt, warte, dort, dort. Das ist der richtige Weg, genau. Dann rüber. Ganz schön, das kann sowas. Würde ich mich nie trauen, sowas, naja. So mit dem Fahrrad da über so ein Biken laufen, der was, was, weiß ich, wie hoch das ist. So, es ist TM30 Spukball. Eine gute TM. Schauen wir mal nach, welches Pokémon die Attacke lernen könnte. Aber nur schauen, ich werde sie kein Pokémon beibringen, denn es besteht die Möglichkeit, dass diese Attacke im Moveset entsteht von einem unserer Pokémon. Peter Storm kann Spukball, okay. Wäre es wert, wenn wir Bronson Spukball beibringen würden? Ich weiß es nicht. Ich habe Spukball nicht im Moveset drin stehen, aber es wäre eine Überlegung wert. Dann fahren wir zurück nach Elysis. Dann haben wir schon unsere Pokémon und dann mache ich Schluss für heute. Wir haben sie zwar schon geheilt, ich weiß, aber ich habe immer die Gewohnheit immer, wenn ich ein Pokémon betrete, dass ich meine Pokémon heile. Gut, dann mache ich wieder Schluss und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also, bis dann, euer Janker. Ciao. Na, wo ist Stopp? Hier ist Stopp. Also, äh, macht's gut. Ciao.